Nichts ist unmöglich. Kennen Sie diese alte TV-Werbung von Toyota noch? Dann werden Sie jetzt staunen, dass diese Aussage auch für Ihren Schuldenabbau gilt. Denn ich habe mal einen Deal die Fäden gezogen, bei dem ein Schuldner mit 1,7 Millionen Euro bei seiner Bank in der Kreide stand. Zusammen mit seiner Partnerin gründete er kurzentschlossen eine Immobilien-GbR und ließ über diese Firma gewissermaßen inkognito bei seinen Gläubigeren anfragen, ob die Bank bereit sei, diesen notleidenden Kredit an diese GbR zu verkaufen. Am Ende hat die Bank zugestimmt und diese Forderung für vergleichsweise lächerliche 200.000 Euro verkauft, ohne zu ahnen, dass hinter der GbR der fiffige Schuldner gestanden hat. Wollen auch Sie ein solches Husarenstrück reiten? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber, kaufe doch deine Schulden. Erfahren Sie alles darüber, wie Sie auf diese Weise bis zu 95% Ihrer Schulden legal in Luft auflösen können. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher .